Aus der Lutherbibel von 1534, Vorrede auf die erste Epistel an die Korinther. In dieser Epistel vermahnt St. Paulus die Korinther, dass sie sollen einträchtig sein im Glauben und in der Lehre und darauf sehen, dass sie das Hauptstück, nämlich dass Christus unser Heil ist, wohl lernen, an welchem sich alle Vernunft und Weisheit stößet. Denn gleich wie jetzt zu unserer Zeit, so das Evangelion an Tag kommen ist, finden sich der tollen Heiligen viel, welche man Kottengeister, Schwärmer und Ketzer heißt, die allzu früh klug und gelehrt worden sind. Und können für große Kunst und Weisheit sich mit niemand gleich oder einträchtig halten. Einer will hinaus, der andere dort hinaus, als wäre es große Schande. Wo nicht ein jeglicher ein sonderliches Für nehme und seine Eigenweisheit aufwürfe, welche niemand wiederum kann zu Narren machen, so sie doch im Grunde gar nichts von den rechten Hauptsachen wissen noch verstehen, ob sie gleich mit dem Maul viel davon plaudern. Also ging St. Paulo auch, da er seine Korinther hatte den christlichen Glauben und die Freiheit vom Gesetz gelehrt, fanden sich auch die tollen Heiligen und unzeitige Klüglinge, zu trenneten die einträchtige Lehre und machten Spaltung unter den Gläubigen. Einer wollte Paulisch, der andere Apollisch, einer Petrisch, der andere Christisch sein. Einer wollte die Beschneidung haben, der andere nicht. Einer wollte die Ehe, der andere nicht. Einer wollte Götzen Opfer essen, der andere nicht. Etliche wollten leiblich frei sein, etliche Weiber wollten in Haaren gehen und dergleichen, bis sie dahin gerieten, dass einer der Freiheit missbrauchet und nahm seine Stiefmutter zur Ehe. Und etliche nichts von der toten Auferstehung hielten, etliche nicht viel vom Sakrament, und gingen wüst und ganz unirdisch zu, dass jeglicher wollte Meister sein und lehren und mit dem Evangelio, Sakrament, Glauben machen, was ihnen gut daucht. Und ließen die Weihe das Hauptstück sein, fahren und liegen, dass Christus unser Heil, Gerechtigkeit, Erlösung ist, als hätten sie es längst an den Schuhen zu rissen. Wie denn solch Stück nicht kann auf der Bahn bleiben, wo man beginne zu klügeln und weise zu sein? Aller Dinge, wie es jetzt auch uns gilt, nachdem wir den Deutschen das Evangelion eröffnet haben von Gottes Gnaden, da will auch ein jeglicher der beste Meister sein und den Heiligen Geist allein haben. Gerade als wäre das Evangelion darum gepredigt, dass wir unser Klugheit und Vernunft drin erzeigen und Ruhm suchen sollten, dass diese Korinther wohl möglich seien ein Exempel oder Beispiel unseren Leuten zu dieser Zeit, welche auch wohl eine solche Epistel bedürften. Es muss aber also sein, und soll dem Evangelio also gehen, dass tolle heilige und unzeitige Klüglinge Rotten und Ärgernis anrichten, auf das die Bewährten, wie hier St. Paulus auch sagt, offenbar werden. Darum strafet und verdammt St. Paulus solche schädliche Weisheit gar ernstlich und machet solche nasenweisen Heiligen wiederum zu Narren, spricht schlecht, dass sie nichts wissen von Christo, noch von dem Geist und Gaben Gottes uns in Christo gegeben und sollen noch anheben zu lernen. Es müssen geistliche Leute sein, die es verstehen sollen, weise sein wollen und Klugheit fürgeben im Evangelio, sei eben das rechte Ergebnis und Hindernis Christum und Gott zu erkennen. Rotten und Zwietracht anzurichten, da mag die kluge Vernunft und Weisheit wohl zu dienen, dass eitel tolle Heiligen und wilde Christen werden. Aber unseren Herrn Christum mögen sie nimmermehr erkennen. Sie werden denn wiederum zu Narren und lassen sich demütiglich durchs einfältige Wort Gottes lehren und führen. Solch streibt er durch die ersten vier Kapitel. Im fünften strafet er die große Unzucht des, der seine Stiefmutter genommen hatte und will ihn in Bann tun und dem Teufel geben. Zeigt damit an, ein rechte Weise des Bannes zu brauchen, dass er mit Bewilligung der gläubigen Gemeinde gefället soll werden, über die öffentlichen Laster, wie auch Christus in Matthäus lehret. Im sechsten strafet er das Hadern und Zanken vor Gerichte, sonderlich vor den Heiden und Ungläubigen und lehret, dass sie untereinander selbst sollen die Sache schlichten oder Unrecht leiden. Im siebten gibt er Unterricht von der Keuschheit und ehelichem Stande, lobet die Keuschheit und Jungfrauschaft, dass sie Nütze seien, des Evangelii des Debas zu warten, wie Christus auch lehret in Matthäus von den Keuschen, die ums Evangelion oder himmelreichwillen keusch sind. Aber Paulus will sie ungenötiget und ungezwungen und on far größer Sünde gehalten haben, sonst sei besser frein, denn Keuschheit, die in stetiger Brunst steckt. Am achten bis auf zwölfte handelt er mancherlei Weise, wie man die schwachen Gewissen führen und halten soll, in äußerlichen Sachen, als da sind Essen, Trinken, Kleider, Sakrament haben und wehret alle Teilen, dass die Starken nicht verachten sollen die Schwachen. Sinte mal er selbst, ob er wohl ein Apostel sei, dennoch viel sich enthalten habe, da er wohl recht hätte. Dazu sich die Starken wohl fürchten mögen, die weil vor Zeiten in Israel so viel untergegangen sind, die doch allesamt durch Wunderwerk aus Ägypten geführt sind und macht daneben etliche Ausläuft heilsamer Lehre. Am zwölften bis aufs vierzehnt handelt er, wie mancherlei Gaben Gottes sind, unter welchen doch die Liebe das Beste sei, dass sie nicht sich erheben, sondern dienen sollen untereinander einmütig, die weil es ein Gott, ein Herr, ein Geist und alles ein, wie mancherlei es auch sei. Am vierzehnten lehret er die Prediger, Propheten und Sänger, dass sie ordentlich ihrer Gaben brauchen und nur zur Besserung, nicht zur eigenen Ehre, ihre Predigten Kunst und Verstand fürgeben. Am fünfzehnten strafet er die, von der Auferstehung des Fleisches Unrecht gelehrt und gegläubelt hatten. Am letzten vermahnet er sie zu brüderlicher Hilfe in zeitlicher Nahrung den Dürftigen. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de